ja leute willkommen zurück zur hashtag frage der frage show am abend wo irgendwie nur einer fragen stellt habe ich das gefühl dieses mal was ist dein lieblingsgetränk neben kaffee und alkoholiken holen alkoholischen getränken sowas wie cola oder so hat das geht bei mir glaube ich relativ schnell ich trinke weder kaffee noch alkoholische getränke und ich trinke auch keine cola oder fanta oder sprit oder sonstigen dönnekes ich bin nämlich bei getränken ziemlich wählerisch es gibt nämlich nur drei sachen die ich wirklich trinke milch wasser kamillentee was kamillentee ist voll lecker kamillentee ist extrem langweilig meiner meinung nach du hast einfach keine ahnung bei mir muss es knallen beim getränk entweder dass es irgendwie fruchtig süß oder fruchtig süß am besten schmeckt also limonade eistee alles mögliche in der richtung halt da kann man mich entsprechend mehr mit mit begeistern unter bett vorlocken genau unter dem bett vorlocken als hätte ich da nicht bettkästen drin das bett unter das du drunter passt muss erst noch gebaut wäre ein anderes thema okay gut leute wenn ihr fragen habt hashtag frag klein evo fragt den d und dann beantworten wir euch die gerne so ich würde sagen haut rein bis zum nächsten mal ciao 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 ciao